Es ist Blockbuster-Zeit im Regionalfernsehen. Die RE1 Popcorn Movie Night ist auch in diesem Monat wieder da. Dann darf ich Sie bestimmt fragen, von wem das Blut auf Ihrem Hemd stammt. Dieses Plakat hinkt überall in der Stadt. Wissen Sie, was es bedeutet? Nein, was? Es bedeutet, dass er ein Verräter war und die Brigaden ihn liquidiert haben. Ich möchte ein Buch über die Roten Brigaden schreiben, aber es ist als ob man Gespenster jagt. Geschrieben aus der Sicht der Brigaden. 387 Tage bis Seoul, meine Herren. Wir sollten gut trainieren, nicht wahr? Ich kann Ihnen nicht sagen, reden Sie oder ich töte Sie. Denn ich werde Sie sowieso töten. Für Hermann, verstehen Sie? Aber vielleicht wird Sie ja das hier dazu bewegen, mir zu helfen. Ach, Scheiße. Großes Kino auf RE1 TV. Jeden Dienstag um 20 Uhr. Powered by Play on Pictures. Nimm mich, du Tiger. Aber machen wir schnell, ich habe nur ein paar Stunden Zeit. Also, Knabberzeug und Getränke bereitstellen, Sound aufdrehen und Film ab. Wir wünschen viel Vergnügen. Wir wünschen viel Vergnügen. Dass wir mit einem今回 noch zeigen, wenn wir uns Coin-Arche finden. Wir wünschen viel Vergnügen.